Leute, ich bin's für euch im Schnitt einmal kurz. Ich wollte euch sagen, dieses Video geht nur 3 Minuten. Eigentlich sollte es 10 Minuten gehen, aber es hat mitten im Video irgendwie mein Screen Recorder aus Versehen beendet von alleine. Also wollte ich euch nur sagen, jetzt geht's los mit dem richtigen Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's für euch der Lahnquasher und heute spielen wir wieder Trust Truck Simulator und wir fahren Müllauto. Ich hab das Müllauto jetzt auch mal ein bisschen anders gestylt. Also jetzt sieht das hier so aus von hinten, sonst sah das ja immer ein bisschen anders aus. Aber wir nehmen heute mal die Ego Perspektive. Also los geht's. Und, äh, ah, okay. Und jetzt aber. So. Und da vorne seht ihr, hier kann man auch tanken, aber das müssen wir ja gerade nicht, weil der Tank ist noch fast voll. So, jetzt komm ich aber hier. So. Ganz schnell fahren. Nein. Oh, schnell abbremsen. Zum Glück. Ey, 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 nein, nein, hier bin ich. Ey, sag mal! Einfach überholen. Überholen. So, hier ist auch schon der erste Müll. Zack, zack. So, einsammeln. Und so sieht das jetzt aus, sonst war das ja immer an der Seite. Das hier ist zwar das ältere Modell, aber sieht irgendwie ein bisschen cooler aus, finde ich. Findet ihr auch? So, jetzt da hinten sehe ich auch schon die nächste. Seht ihr die da? Ich hoffe, das ist auf der richtigen Seite. Ich glaube, das ist auf der falschen Seite. Scheiße. Äh, ja, das war ich nicht. Ey, sag mal, ich kann ja nicht fahren. Geh mal weiter. Okay, jetzt ist es auf der falschen Seite. Das ist uns jetzt aber mal ganz egal. Denn wir wollen ja Müll sammeln hier. Also, let's go. Und, oh, wie schief wir hier stehen. Oh, scheiße. Und zack. Zack. Und weiter geht's. Ja, eigentlich müssen wir hier jetzt hier lang. Genau. So. Unser Ziel heute ist es, den Müll, ähm, Laster hinten ganz voll zu kriegen. Da oben in der Ecke sieht man ja, wie voll der ist. Äh, 491 Kilo ist der jetzt. Und wir wollen ihn heute mal ganz voll kriegen. Demnach könnte das auch ein langes Video werden. Oh, gerade Ampelrot ist uns egal. Kein Bock. So, sehe ich da irgendwo eine Ampel, sag ich schon. Äh, Müll. Ja, wir fahren mal hier lang. Wir fahren einfach mal hier lang. Ja, da ist ein Müll. Hat sich gelohnt. Ich glaube, ihr habt auf der falschen Seite, aber ist egal. Warum können wir gar nicht schnell... Hä? Wir können nur so langsam fahren irgendwie. Ist doch komisch. Warte mal, Leute. Ist doch komisch. Hä? Wir können gerade nur 10 kmh fahren. Jetzt. Endlich. Ist doch komisch gewesen. Egal, auf der falschen Seite ist uns jetzt egal. Oh, da sind schon ganz viele Wespen. Sind das, glaube ich, drum? Boah, nee. Zack. Einsammeln. Und... Zack. Oh, bäh. Ganz viele Wespen drum. Oh, sind die gleich in unserem Müllauto? Nee, bitte nicht. Nee. Na, endlich sind sie nicht mehr da. Gut. Fahren wir mal weiter. Da sehe ich auch schon die nächste Mülltonne. Zack. Anhalten. Stopp. So. Oh, sogar perfekt geparkt haben wir. Haben wir das Orangelicht eben gar nicht oben angehabt? Müssen wir mal gucken. Ist auch so anders. Warte mal. Orangelicht. Das müssen wir ja noch anmachen. Ach, Mensch. Das müssen wir ja noch anmachen. 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 Amen.